Hi, ich bin der Chris. Ich bin Mitglied bei den Blackstreet Races hier in Münzenhausen. Wir sind hier am wunderschönen Seenlandring an unserer permanenten Indoor-Rennstrecke. Ich möchte euch heute was zu dem Thema Einsteiger-taugliche Buggys für das Rennstreckefahren erzählen. Habe ich aus dem Grund herausgesucht, das Thema, weil ich bei uns auf der Außenstrecke letztes Jahr mit einem Traxxer Slash ein paar Runden mal gedreht habe. Das hat ziemlich Spaß gemacht, hat auch für meinen Geschmack ziemlich gut funktioniert. Und dann habe ich mir gedacht, das könnte vielleicht auch mit dem Buggy-Bruder Slash-DU funktionieren. Und wäre dann auch für Neulinge und Einsteiger ein preiswerter Einstieg, weil so ein aktuelles Wettbewerbschassis mit der ganzen Elektronik, die man noch dazu kaufen muss, den Reifen, der Karosserie und was anderes, halt doch ziemlich teuer ist. Einsteigertaugliche Chassis haben wir jetzt zwei hier stehen. Das ist einer von Tamir, der DT03 vom Vereinskollegen, den ich hier mal kurz zeigen möchte. Also es ist ein klassischer Tamir-Baukasten mit Heckmotor. Der ist jetzt mit einem Brushless-System ausgestattet. Der Baukasten ist sehr günstig, also den bekommt man für unter 100 Euro, soweit ich weiß. Der ist jetzt mit einer Carbon-Dämpferbrücke vorne und hinten ausgestattet, weil die Original-Kunststoff doch mal leichter brechen. Das andere Chassis, was mein, das zentrale Thema hier in dieser Videoserie werden soll, ist hier jetzt der Traxxas Bandit. Den habe ich für 170 Euro RTR gekauft. Das heißt, wie ihr hier aus der Box kommt, 170 Euro. Ich habe dann noch einen Adapter hier von dem Traxxas-Stecker auf EC5 für meinen Stickpack-Lipo, den ich auch in den Bessern verwende, eingebraut. Und der ist auch ein Heckmotor-Chassis. Das Layout ist schon ziemlich alt. In den USA gibt es ein paar. Die fahren den hier auf Lehmstrecken, auf den geklebten. Das funktioniert tatsächlich besser als erwartet. Wir haben jetzt hier auch schon ein paar Runden damit gedreht. Das hat auch sehr gut funktioniert. Also für die Serienausstattung, das Einzige ist das Längsauber, ist ein bisschen langsam. Aber da habe ich dann schon was vorbereitet, um das mal zu optimieren. Das dritte einsteigerfreundliche Chassis ist jetzt eigentlich kein einsteigerfreundliches Chassis. Das ist ein volles Wettbewerbschassis. Das ist hier ein Yokomo KAL 3.1, der von der Motorisierung her aufgebaut ist, wie die LRP-Challenge. Das vorschreibt mit einem 21,5-Turn-Brushless-Motor, dem LRP-Spin-Regler. Und hier ist jetzt noch ein Absima-Servo verbaut. Es fehlen die Reifen, um wirklich einfach für das Rennen fahren zu dürfen. Aber darum soll es jetzt hier nicht gehen. Und zu guter Letzt, also auch preislich das Teuerste, ist dann hier jetzt mein aktueller Wettbewerbs-Buggy. Das ist auch ein Yokomo KAL 3.1. Der ist ein bisschen mehr dran jetzt schon gemacht. Wie vergleicht man jetzt diese drei, oder diese zwei Autos vor allem? Ich habe mir gedacht, wir fahren einfach eine Referenzzeit mit dem. Die Referenzzeit, die ich jetzt heute Abend hier gefahren bin, war jetzt der 22.8. Ich will euch mal ein paar Runden zeigen, wie das Auto hier standardmäßig fährt vom Donnerstag. Da war es dann der 23.0. Das ist alles ganz okay. Der Hauptknackpunkt ist definitiv hier die Lenkung, die zu langsam ist. Und das wird jetzt auch das erste Tuning-Teil sein. Zum Thema Tuning geht es gleich weiter. Und dann sehen wir uns gleich. Zum Thema Tuning-Teil 1. Drei sein sie, haben wir hier. Drei sein sie, haben wir hier. Drei sein sie, haben wir hier. Drei sein sie, haben wir hier nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 sind wir wieder da. Ich habe hier mal was vorbereitet. Also die grundlegenden Unterschiede zwischen den zwei Autos, wie man sie so schön sehen kann. Der Bandit hat einen Heckmotor, der Yokomo hier, der hat einen Mittelmotor, was gerade so state of the art ist. Das sorgt dafür, dass die Gewichtsverteilung bei dem hier relativ ausgeglichen ist, müsste es so bei 55, 45 sein zwischen Hinterachse und Vorderachse und der ist bei locker 70 Prozent des Gewichts auf der Hinterachse und 30 Prozent auf der Vorderachse. Das ist auch das größte Manko, wenn man hier auf Teppich fährt. Wir haben hier viel Grip, deswegen brauchen wir das Gewicht auch hinten eigentlich gar nicht. Wir haben hier relativ viel Grip. Es würde uns reichen, wenn wir, wir bräuchten mehr Lenkung. Das müssen wir jetzt erzeugen. Entweder man könnte den ganzen Getriebeblock drehen oder man versucht halt hier Gewicht wegzukriegen. Das wäre jetzt zum einen, man setzt den Regler hier an die Seite zumal, macht einen Shorty-Akku rein, wie er hier nur reinpasst, damit hier weniger Gewicht ist, oder man klebt hier vorne ein bisschen Gewicht rein noch oder ja, was einem sonst noch einfällt. Also das wichtigste Aufgabe meiner Meinung nach wird hier sein, dass man das Gewicht nach vorne, also mehr Gewicht auf die Vorderachse bringt und dann natürlich vernünftige Reifen auf die Vorderachse. Also wir haben jetzt hier, habe ich mir jetzt zwei Reifen zum Versuchen rausgesucht. Das sind einmal die Schumacher, die Fusion Slim vom 2WD-Buggy, beziehungsweise auch die Cut-Stacker hier. Die sind zwar schon abgefahren, aber das funktioniert trotzdem hier noch ganz gut auf unserem mittelgriffigen Teppich. Oder dann eben auch, weil sie sehr schwerer sind, hier die 4WD, also für die Allrad-Buggys, die Schumacher Fusion. Also die 4WD-Vorderreifen habe ich hier extra auf eine Felge passend für den 2WD draufgeklebt und die werden wir jetzt hier mal dann auch noch testen. Das wichtigste Update liegt hier, aus meiner Restekiste, ein DSC-15-Servo, geledig ich darum, dass das Servo, es muss einfach schneller werden, weil das Standard-Servo, ja das ist eine Krankheit. Das ist einfach viel zu langsam. Ich hol dir mal einen Akku und steck den an. Kurzer Speed-Vergleich von den Lenkservos, also das kommt hier Standard bei Traxxas im Baukasten und das ist hier verbaut. Was ich hier noch vorbereitet habe, neben den anderen Reifen, dem anderen Servo, habe ich mal noch mitbestellt einen eher Schraubensatz. Ein Leiter, Leiter oder was heißt Leiter, komplettes Fahrzeug mit Kreuzschrauben, also richtig oldschool. Ich habe noch mitbestellt einen Satz Kugellager, weil der Buggy ist entgegen. Meiner ersten Erwartung ist er mit Gleitlagern ausgestattet, das ist in Aluminium oder Bronze Gleitlager hier verbaut. Sie funktionieren relativ gut, also das macht jetzt nicht den Riesenunterschied. Auf Ersatz habe ich dann nochmal die Lenkungshebel und die Nachlaufblöcke bestellt, das sind aber nur Ersatzteile, die haben jetzt keine Tuning-Wirkung. Ich habe dann noch extra, weil der Buggy auch nicht mit Sechskantmitnehmern ausgestattet ist, habe ich extra noch Mitnehmer bestellt. Einmal habe ich es in Kunststoff bestellt, dann auch nochmal in Stahl und mitnehmen wir in Stahl und in Kunststoff und dann noch, ich weiß aber nicht ob sie passen, dann auch noch mitnehmen wir in Schmal, weil die schmale Vorderachse beim hältgetriebenen Buggy eigentlich von Vorteil ist. Mal sehen, wie sie passen von der Bohrung her, ich vermute die Achse ist hier bei den Millimeter schmaler, werden wir ausprobieren. Und die Vorderachse vom Rustler, weil dadurch, dass der keinen Mitnehmer, keinen Sechskantmitnehmer hat, könnte es sein, dass hier das Gewinde nicht mehr ausreicht, um die Reifen dann aufzunehmen. Deswegen auch noch die etwas längere Achse vom Rustler 2WD. Und weil hier der Sturz nicht einstellbar ist durch die Plastik-Querlinge oben, noch für vorne und für hinten von Imkar Racing die einstellbaren oberen Querlinge. Damit wir hier auch mit dem Sturz etwas spielen können. Was vielleicht auch noch eine Option, welche sind im Baukosten sind Dämpferkolben dabei mit Dreilochplatten und einer Lochplatte. Vermutlich ist eine Zweilochplatte verbaut, das habe ich noch nicht geprüft. Um hier die Dämpfungseigenschaften ein bisschen zu ändern, vielleicht zu optimieren, werden wir es sehen. Das Erste, was jetzt erstmal gemacht wird, ich baue hier ein schnelleres Servo ein, dann drehen wir mal noch eine Runde, schauen wir, ob wir unter die 22.8 heute drunter kommen und dann sehen wir weiter. Ja, jetzt muss ich jetzt mal rückwärts gehen. Ja, wir müssen jetzt rückwärts gehen, ne? Ja, wir müssen jetzt rückwärts gehen. Ja. Ja. Mit dem sind wir nicht. Aber ich habe da mal was vorbereitet. Das Servo ist Schnelles drin. Jetzt noch umgekehrt auf die Futaba. das Servo ist Schnelles drin. Jetzt kommen die Läden zu kommen. Dann kommen die Läden. Dann kommen die Läden. Das ist halt einfach gleich ein ganz anderes Fahren. Witzigerweise hat das jetzt erst eine halbe Sekunde gebraucht. Okay, jetzt mal bei sieben Zentl. Schöner Willi. Achtzehntel. Es ist geil, dass ihr so schöne Willis macht. Achtzehntel. 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 Oh. 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 Karl, lassen wir es stehen. In der Fall ist es, wenn es jetzt das ist, wenn es jemand macht, geht's. Wenn ich ihn mit dem Foto schreibe, würde ich es gerne sehen. Okay, gut, jetzt passt. Tänk es. 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 3. 3. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20. 9, 2, 1.